Hydrauliksysteme haben sich über Jahrzehnte erfolgreich in den unterschiedlichsten Anwendungen durchgesetzt. Treten Störungen auf, müssen diese schnellstmöglich behoben werden. Doch was ist, wenn diese Störung nur sporadisch auftritt? Wie kann der Servicetechniker die Fehlerursache ermitteln, wenn die Maschine störungsfrei läuft, wenn er gerade vor Ort ist? Das Multicontrol 4070 wurde speziell für Langzeitdiagnosen im laufenden Betrieb entwickelt. Der Datenlogger kann einfach in Maschinen integriert werden und dokumentiert Unregelmäßigkeiten sowie Fehler direkt vor Ort. Der robuste Datenlogger ist wasser- und staubdicht, vibrations- und stoßresistent, also bestens geeignet für die Nutzung in einer rauen Umgebung mit Schmutz und Wasser. Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht ausreichend Leistung für einen anspruchsvollen Arbeitstag. Die Schnellladefunktion stellt sicher, dass das Gerät auch kurzfristig wieder einsatzfähig ist. Durch umfangreiche Anschlussmöglichkeiten deckt der Datenlogger eine große Bandbreite der gängigen Messwertsignale ab. Über die USB-Schnittstelle können die Messdaten live vor Ort ausgelesen und bewertet werden. Zusätzlich können bis zu 10 CAN-Signale erfasst werden. Damit erweitert sich das Anwendungsspektrum sowohl in der mobilen als auch in der stationären Datenerfassung. Über die integrierte LAN-Funktionalität können die Messdaten direkt ins Firmennetzwerk geladen und unabhängig vom Einsatzort ausgelesen und ausgewertet werden. Konfiguration und Handhabung erfolgen über die Bediensoftware HydroLink 6. Diese ermöglicht, die Konfiguration direkt vor Ort oder bequem bereits im Vorfeld durchzuführen. Multicontrol 4070. Robust, leistungsstark und vielseitig. Die perfekte Lösung für effiziente Langzeitdiagnosen.